Ein herzliches Willkommen an euch da draußen an den Monitoren. Hier ist wieder euer Luxem am Start und wir befinden uns bei einem neuen Pack Opening. Und bevor ich das erste Pack öffne, ich meine, ihr seht, ich habe wieder ein bisschen Gold gesammelt. Ja, wäre schön, ich würde ganz gern noch weitere 15 Packs holen. Und ja, wäre schön, wenn ihr mir sagt, was für Package ich mir kaufen soll. Ich bin im Normalfall für Classic Packs oder so Grand Tournament, denn Mech habe ich soweit alle, brauche ich nicht. Aber ich würde von euch ganz gerne wissen, was ich mir für nächste Packs holen soll, die wir dann zusammen öffnen können. Und ja, sind 15 Packs denn? Eure Wahl, eure Stimme. Sagt mir einfach, was ihr haben wollt und ich hole dann die Packs und wir öffnen sie dann zusammen. So, aber jetzt fangen wir hier erstmal an, bevor ihr noch lange geschnackt wird. Mal gucken, ob wir hier was Schönes drin haben. Ja, war schon mal ein Fehlgriff. Aber wir gucken weiter. Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht haben wir ja doch noch was bei, zwei seltene. Nichts Gutes dabei. Och, da habe ich noch eine Karte übersehen gehabt. Gut, den Murloc habe ich auch schon zweimal, schade drum. Aber gibt immerhin etwas Staub. Und wir öffnen wie immer 15 Packs, das heißt, zwei werden wahrscheinlich übrig bleiben. Mal gucken. Schade, dann haben wir auch schon ein paar Mal. Ist ja hier bis jetzt nur Mist drin, ne? Nur Bullshit, aber vielleicht haben wir ja Glück. Und es kommt noch was Schönes dazu. Aber bisher sieht es nicht wirklich danach aus. Bisher sind alle Karten schon vorhanden. Ich werde mal die Packs gleich ein bisschen besser schütteln hier. Fügt auch noch zwei zufällige Dämonen aus einem Deck hinzu. Ja gut, die Karte habe ich glaube ich noch nicht für meinen Hexenmeister. Im Allgemeinen habe ich keinen Hexenmeister-Deck. Aber jetzt schütteln wir mal hier die Package ein bisschen doller. Zack, 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 zack. Und drin damit. Jetzt gib mir mal hier was. Das Legendäres wäre schon nicht verkehrt. Ups, wieder eine vergessen. Natürlich die seltene. Sieht nicht allzu dolle aus. Fangen wir doch mal von hinten an hier. Hier ist ja echt nur Schrott bei. Wenn ein Feind angreift, ruft ja ein Verteidiger. Bla, okay. Hier zwei Paladin-Geheimnisse. Wenn er halt Schaden erleidet, wird feindlich halt ebenso viel Schaden zugefügt. Ja, für den Secret-Parlor. In Secrets habe ich kaum für meinen Parlor. Aber ich spiele auch so oder so mehr den Drachen-Paladin. Und da haben wir auch schon was Legendäres. Oh, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Packung. Erstens hier Kern-Bluetooth habe ich noch gar nicht. Angenehm legendäre Karte. Und das Geheimnis-Gegenzauber habe ich meiner Meinung nach auch noch nicht, wenn mir richtig ist. Und noch ein Paladin-Heimnis, wo wir schon beim Thema waren, beim Secret-Parlor gerade. Oder wenn euer Gegner einen Diener ausspielt, wird dessen Leben auf 1 verringert. Die dürfte ich auch noch nicht haben. Ja, sehr, sehr schön. Schon mal die erste Legendäre dabei. Und wir haben noch 7 Packages vor uns. Vielleicht kriegen wir ja noch was. Da ist noch eine epische bei. Die Schlangenfalle habe ich auch noch auf gar keinen Fall. Ja, hier wieder Spiegelgestalt. Habe ich auch auf jeden Fall schon zweimal. Plus eben einmal in der Packung. Und jetzt, das heißt, die haben wir viermal. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch was raus. Wobei, ich freue mich schon. Eventuell kann man ja auch mit dem Kern-Bluetooth schon was anfangen. Und ja. Was soll ich sagen? Oh, wunderbar. Der Wichtel ist auch sehr schön. Eisbarriere ist in Ordnung. Habe ich auf jeden Fall einmal. Aber gucken wir mal gleich, wenn wir es denn dann zaubern. Und wie gesagt, mich würde von euch interessieren, was für Packages ich mir holen soll. Für Packs, nicht Packages. Entschuldigt bitte. Zwei selten haben wir dabei. Oh, tödlicher Stoß verursacht. Vier Schaden verursacht. Stattdessen sechs Schaden, wenn euer Held maximal zwölf Leben hat. Habe ich auf jeden Fall einmal. Hier die Seele des Waldes haben wir jetzt auch schon mit Stille mindestens zweimal bekommen. Ja, wie gesagt, ich würde mir ganz gerne Classic holen oder so Grand Tournament. Wenn ihr allerdings sagt, ihr wollt hier jetzt, was weiß ich, Goblin vs. Gnomes sehen, dann machen wir das. So, noch zwei Packages. Dann haben wir die 15 Packs geöffnet. Wir haben mit 17 gestartet und ich mache immer nur 15 auf, weil sich das besser zählen lässt und im Normalfall hier eh immer laut Blizzards Berechnung eine legendäre mit bei ist. Ja, verrate es sehr schön. Habe ich nur einmal. Jetzt ein zweites Mal. Komm, ganz cool. Gedanken-Orober ist auch in Ordnung. Und jetzt hier das letzte Pack. So, vielleicht haben wir ja noch Glück. Ich will mich nicht beschweren, wenn es nicht so ist, aber vielleicht haben wir ja noch Glück und wirklich noch eine legendäre mit drin. Fangen wir von hier an. Leider nicht. Lasst die Hunde los. Hier call the dogs oder wie es heißt. Den, also hier waren echt ziemlich viele doppelt bei. Ja gut, wir haben eine Legendary bekommen, Zungenbrecher. Wie gesagt, sagt mir, was ihr für Karten gerne sehen wollen würdet, die ich öffne. Und dann werden sie das nächste Mal gekauft und die Tage dann auch sofort geöffnet. Damit verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.